Hallo und herzlich willkommen zur ersten Tour de France Analyse 24 nach dem Start der Tour. Was war das gestern für eine Performance von Pogaccia am Col du Galibier? Wir haben uns die Daten nochmal näher angeschaut und einige Sachen herausfinden können. Die vierte Etappe führte von Italien nach Frankreich, von Pinerolo nach Valois über den Col du Galibier, die Lothéry-Seite. Zum ersten Mal auf 2600 Meter Höhe und das schon nach der vierten Etappe. Doch wie ist die Ausgangssituation vor Beginn dieser Etappe? Nach drei spannenden und spektakulären Etappen haben wir Richard Carapaz im gelben Trikot, zeitgleich dahinter Jonas Wingard, Evenepul und Tadej Pogaccia vor Beginn dieser vierten Etappe. Lennart und ich haben schon unser Expertenwissen zur Schau gestellt, als sie in einem Podcast vorher definierten, dass die vierte Etappe wahrscheinlich unspektakulär sein wird. Einer von denen wird halt dieses räudige Tempo anschlagen, aber dass die glaube ich auch ganz happy sind, wenn es da gar nicht mehr so wirklich um den Etappensieg dann geht. Wir wissen mal, Lisebike, Red Bull, Bora, Hansgrohe und UAE. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Ausreißer-Etappe wird. Ich fände es natürlich cool, wenn es eine spannende Etappe gibt und alles, aber ich befürchte so ein bisschen, es wird sehr kontrolliert und du kannst die Tour nicht gewinnen, aber du kannst sie verlieren, hat man früher mal gesagt. Naja, so ganz unrecht hatten wir ja nicht. Wir haben zumindest gesagt, dass es ein großes Invest geben müsste, um vielleicht nur ein bisschen herauszubekommen. Dem UAE ist das große Invest eingegangen, hat auch ein bisschen was herausbekommen, aber vor allem hat sich gestern herauskristallisiert, ein entscheidendes Verhalten von Tadej Pogacar und vielleicht auch von Jonas Wigelgard zum weiteren Werdegang der Tour. Doch ordnen wir das Ganze doch mal ein, was ist denn eigentlich passiert. Doch bevor wir gleich in die Analyse der Etappe gehen, schreib du uns doch mal in die Kommentare, wer gewinnt denn die Tour de France 24? Ist Tadej Pogacar zu schlagen? Ist vielleicht doch Wigelgard besser? Und kommt Roglic doch nochmal in der letzten Woche aus der Reserve? Schreib uns mal in die Kommentare, was dein Favoritentipp ist. Der Col de Galibier an sich mit seinen 22,9 Kilometer und 5% Steigerung ist jetzt nicht der selektivste Berg. Das heißt, es wird auch wahrscheinlich eine relativ hohe Geschwindigkeit gefahren. Wiederum heißt das, dass man ein großes Invest eingehen müsste, um vielleicht einen Fahrer aus der Gruppe abfallen zu lassen. Außer ganz oben, der wird dann ein bisschen steiler, aber bis dahin hast du immer auch den großen Vorteil von Windschatten innerhalb einer Gruppe. Wenn ein Team etwas versuchen möchte, muss es also quasi sehr viel investieren, um vielleicht ein bisschen herauszubekommen. Das hat Team UAE aber nicht davon abgehalten, genau das zu tun. Nils Pulle, Tim Wellens und Max Hoher arbeiten noch richtig ordentlich von vorne auf den flacheren Passagen. Es gibt noch einen Gegenwind am Anstieg von Galibier. Das hilft natürlich den GC-Fahrern hinten im Windschatten der Gruppe sich aufzuhalten. Deswegen nur 5,35 Watt pro Kilo auf den ersten 20 Minuten des Anstiegs von einem Anstieg ungefähr von 50 Minuten. Das heißt, es ist schon ordentlich Tempo im Fahrerfeld, definitiv. Aber man sieht es auch im Fernsehbild, die großen GC-Fahrer sind noch nicht in Bedrängnis, sind noch alle sehr, sehr kontrolliert dabei. Aber man muss schon sagen, es war eine sehr intensive Etappe bis dahin. Ben Heelys Daten zeigen 2 Stunden 59, knappe 3 Stunden mit über 15 Kilo Joule pro Kilogramm pro Stunde Energieverbrauch. Also eine etwas höhere Intensität bis zu dem Punkt, wo es langsam ernst wird. Doch Team Super UAE ist noch nicht fertig, denn jetzt übernimmt Pavel Silvakov, danach Adam Yates. Die ziehen nochmal richtig das Tempo an, das Feld wird kleiner. Als dann irgendwann noch Richard Carapaz schon abgefallen ist, ist dann auch nur noch Primoz Roglic da, Mike Landa, Rodriguez, Remco Vennepoel und Wingegard neben Team UAE am Anstieg. Und dann sehen wir auf einmal ein paar kleine Reibereien bei Team UAE. Almeida und Ayuso sind sich nicht ganz einig, wer jetzt lieber im GC später abfallen möchte und vielleicht nochmal ein Podium bei der Tour 24 erreichen möchte. Denn beide diskutieren noch so ein bisschen rum, wer jetzt mehr Führung übernehmen müsste. Und wenn das noch geht, dann wissen wir auf jeden Fall, dass noch nicht die Geschwindigkeit so hoch ist, wie sie eigentlich sein könnte. Bis zu dem Punkt, wo Tadej Pogacar 800 Meter vor der Kuppe des Koldi Galibier, wo es am steilsten wird, attackiert, sind beide Fahrer noch dabei. Ayuso und Almeida. Beide noch nicht wirklich Anschlag, beide noch nicht alles gegeben. Was wiederum heißt, dass Pogacar seine Attacke lanciert an einem Punkt, wo noch sehr viele GC-Fahrer vorne mit dabei sind. Doch Tadej Pogacar zeigt, dass er seine beste Form 24 mitgebracht hat. Vermutlich sogar wirklich besser ist als beim Giro selber. Koldi Galibier über die Lotharie-Seite, wir haben es jetzt hier mal im Strava-Segment. Gesamt 50 Minuten, 39, 27er Schnitt und fast 1400er VAM. Jetzt kommt die Attacke auf den letzten 800 Metern, wir blicken rein. Wir sehen ganz gut hier einmal im Strava-Pfeil, dass es dann wieder dieser Rechtsknick gibt, wo es einmal zum ersten Mal steiler wird. Man sieht auch, dass Pogacar direkt keine Anstalten macht, auch nur ein bisschen zu warten, denn er will diese steile letzte Passage nutzen für sich und attackiert an Ayuso und Almeida vorbei. Die letzten 800 Meter mit 10% Average, 2 Minuten. Pogacar haut richtig einen raus mit 2400 Höhenmeter pro Stunde, also eine richtige Rakete zündet er im Finale. Wingard geht direkt hinterher und fährt ganz gut mit, merkt aber nach 2 Serpentin, dass er dem Slowen nicht ganz das Hinterrad halten kann und lässt am oben, am letzten Stück noch so ein paar Meter Lücke und bekommt am Ende 7, 8 Sekunden, die er oben über die Kuppe verliert. Wir gucken uns das Ganze mal in den Strava-Files von Remco und Pogacar im Vergleich an. Da wir keine Daten von Wingard haben, nehmen wir die mal als Referenz aus der Gruppe. Wir sehen also, bis zu dem Punkt, wo Pogacar attackiert, sind alle noch gleichmäßig zusammen. Wir sehen zwar hier einmal im Verlauf über die Segment-Vergleichszeit, dass Remco-Venerable zwar 4 Sekunden Rückstand haben soll, über die GPS-Daten gemessen, aber das stimmt nicht so ganz, wir wissen ja, die beiden sind in einer Gruppe. Genauso wie Ayuso. Von dem Punkt an, von dem letzten 800 Meter, wo Pogacar attackiert, bis oben hin hier zur Kuppe, sehen wir in der Referenz, wir haben Referenzzeit, ist einmal Tadej Pogacar, der ist natürlich bei 0 Sekunden im Vergleich mit Tadej Pogacar, aber wir sehen, dass auf den letzten Metern Remco-Venerable 15 Sekunden bis teilweise 18 Sekunden gegenüber Pogacar verliert auf den letzten Metern. Ayuso sogar 38 Sekunden bis zur Kuppe. Das ist interessant. Wir merken uns einmal an der Stelle mal Ayusos 38 Sekunden Rückstand auf den letzten 800 Metern, dann einmal Remcos 18 Sekunden Rückstand, Wingas 8 Sekunden Rückstand auf Tadej Pogacar oben an der Kuppe des Galibiers, durch den Prix Henri de Grange bekommt dann nochmal Tadej Pogacar weitere 8 Sekunden Bonus gutgeschrieben und jetzt gehen alle getrennt in die Abfahrt vom Galibier nach Valois. Doch bevor wir jetzt einmal in die Abfahrt gehen, noch einmal die Leistungsdaten, die kalkulierten Leistungsdaten dazu. Wenn wir uns einmal unser Profiling anschauen, dann sehen wir kalkulierte Werte von Tadej Pogacar. 6,28 Watt pro Kilo auf den letzten 20 Minuten 48 des Anstiegs, Wigegard geht mit 6,24 Watt pro Kilo da hoch, dahinter kommt dann Evenepul mit 6,2 Watt pro Kilo und Ayuso und Almeda mit 6,09 Watt pro Kilo auf 21 Minuten 26. Diese Leistungsdaten, die aber auch schon zeigen, dass die Leistungswerte von den Fahrern auch noch nicht so hoch waren, wie wir es vielleicht schon mal gewohnt waren. Wir haben dieses Jahr schon Werte gesehen von zum Beispiel Adam Yates am St. Gotthard Pass, 6,58 Watt pro Kilo auf 21 Minuten, also 0,3 Watt pro Kilo schneller als Tadej Pogacar. Oder auch einmal natürlich die Performance von Wigegard bei Tireno Adriatico von 6,68 Watt pro Kilo auf 26 Minuten. Das heißt, wir sehen also, es gab auch schon schnellere Performances dieses Jahr, aber man muss sagen, das von gestern war natürlich in der Höhe. Das macht nochmal einen riesen Unterschied. Gleichzeitig, durch die Gruppendynamik konnten wir allerdings auch sehen, dass der Berg nicht so selektiv gefahren wurde, denn eine große GC-Gruppe noch auf die letzten Kilometer des Anstiegs kam, bis Pogacar seine Attacke lancierte. Warum macht Team UAE so eine taktische Maßnahme? Warum fanden sie einen Anstieg, der nicht so selektiv ist, voll von vorne? Und warum attackiert dann Pogacar erst auf den letzten 800 Meter, um Zeit rauszufahren? Denn der Junge weiß um seine Fähigkeiten, denn er fährt zwar nur 8 Sekunden Zeit raus auf Jonas Wigegard mit sehr viel Effort, ja, bekommt nochmal 8 Sekunden, aber ein Top-Bonus. Wir sind jetzt also bei 16 Sekunden Zeitgewinn und fährt eine unglaubliche Abfahrt hinunter. Tadej Pogacar fährt auf dem letzten Abfahrtsegment, ein 66er-Schnitt auf 14 Minuten bei 16 Kilometer Distanz, super schnell, der kennt die Abfahrt auf jeden Fall in- und auswendig, beschleunigt jedes Mal aus den Kurven heraus, fährt eine super starke Abfahrt. Und Jonas Wigegard verliert weiterhin an Zeit. Um die Performances zu vergleichen, schauen wir einmal auf Remcos Abfahrtsegment und da sehen wir, dass zeitweise Tadej Pogacar 22 Sekunden auf Remco Venepoel rausgefahren hat, was interessant ist, weil zu dem Zeitpunkt hat Remco Venepoel eigentlich schon Jonas Wigegard eingeholt. Wir haben von ihm keine Daten, aber wir sehen, dass Remco schon schneller als Jonas fährt, aber Tadej trotzdem auf den schnellsten technischen Abfahrtpassagen ihm 22 Sekunden gibt. Erst auf den letzten Kilometern, wo es wieder flacher wird, fährt Remco seinen 22-Sekunden-Rückstand wieder auf 15 Sekunden kleiner, also hat wieder 7 Sekunden auf Tadej Pogacar gut gemacht, weil sie in der Gruppe ein bisschen schneller fahren konnten als vorne Tadej alleine. Übrigens kurz, wir wollten die Zeit mit Ayuso noch vergleichen. Der fährt nämlich die schnellste Segmentzeit an dem Tag runter, fährt nochmal 2 Sekunden schneller als Tadej Pogacar und schafft es deswegen auch wieder in die Gruppe hinten reinzukommen mit Remco und Wigegard. Tadej Pogacar zieht das Ding bis nach Hause durch und gewinnt die Etappe vor. Remco Venepoel mit 35 Sekunden Vorsprung in der Gruppe, auch nochmal Roglic, der auch wieder aufgeholt hat. Wigegard und Rodriguez sogar noch mit 2 Sekunden Rückstand, das ist bitter. Am Ende reißt die Gruppe noch ein bisschen auseinander, sie werden nicht in der gleichen Zeit gewertet. Und dazwischen liegt nochmal Ayuso in der Gruppe mit Remco Venepoel. Das heißt, Pogacar fährt insgesamt 35 Sekunden gut auf diese Gruppe, aber im Endergebnis bekommt er insgesamt einen Vorsprung auf Remco Venepoel von 45 Sekunden und Jonas Wigegard von 50 Sekunden nach Endabrechnung mit seinen Bonussekunden von insgesamt 18 Sekunden, die er auf der Etappe sammelt. Mit einmal 8 oben am Galibé und 10 nochmal im Finale der Etappe und er ist mittlerweile jetzt mit einer Dreiviertelminute im gelben Trikot auf der 5. Etappe der Tour de France. Das heißt, was sie sehen konnten, ist, dass Tadej Pogacar mit Team UAE früh in die Offensive gegangen ist. Selbst am Anstieg, wo sie viel investieren mussten und vielleicht nur am Anstieg selber wenig rausholen konnten. Was Tadej Pogacar allerdings weiß, ist, dass er unglaublich stark im anaeroben Kapazitätsbereich ist. Das heißt, so eine Attacke von 2 bis 3 Minuten, wir haben es auch im Sanluka-Anstieg auf Etappe 2 gesehen, das kann der Junge. Der ist der schnellste Fahrer, schnellste Bergfahrer auf diesen Segmenten, gerade nach einer gewissen Vorbelastungszeit. Wenn der kontrolliert, bis zu den letzten 2 Minuten eines Anstiegs kommt, dann schafft er immer nochmal 3, 4, 5, vielleicht jetzt in dem Fall 10 Sekunden rauszufahren. Wenn dann nochmal das Ziel im Tal liegt und nicht oben an der Spitze mit seinem technischen Vermögen und, naja, man muss es sagen, dem auswendig Kennen der Abfahrt, konnte er dann nochmal durch seine technische Leistung so viel Zeit rausfahren können, dass er mittlerweile auf eine Dreiviertelminute Abstand zum Zweitplatzierten im GC unterwegs ist. Das Team Wismar-Lisebike ist auf EFA extrem geschwächt. Nach Ausfall von Sepp Kost hat man gemerkt, dass relativ früh auch Jonas Wingardt alleine ist. Das bedeutet, wahrscheinlich wird es jetzt in nächster Zeit so aussehen, dass Team Juha eh das Ding in die Hand nehmen kann und vielleicht mit Pogacar schauen, dass ihn relativ nah ans Ziel ranbringt, weil Pogacar seine Sprintfinalattacke fahren wird. Denn das ist das, was Pogacar am besten kann, vielleicht nochmal 10, 15 Sekunden auf Jonas Wingardt rauszufahren, solange man nicht ganz weiß, ob dieser Fahrer vielleicht in der letzten Tourwoche nochmal richtig aus der Reserve kommt und dann Stück für Stück seine Zeit zusammen zu sammeln und vielleicht auch gegen das Zeitwand von Jonas Wingardt zu bestehen, wenn er im Finale nochmal gut performt. Es wird wahrscheinlich also einen sehr spannenden weiteren Verlauf der Tour de France 24 geben. Jonas Wingardt, der gut auf den längeren Anstiegen funktioniert, Tadej Pogacar, der es vielleicht versucht, auf kleineren Segmentzeiten auszulegen und vielleicht nochmal eine Abfahrt nutzt oder vielleicht einen Anstieg nutzt im Finale, einen steilen Anstieg, um nochmal ein paar Sekunden gut zu fahren. Und es wird vielleicht nochmal ein taktisches Sekundenspiel, bis einer der beiden vielleicht, hoffentlich nicht, aber die Nerven verliert oder auch physiologisch crackt und im Finale der Tour nicht mehr ganz standhalten kann. Nichtsdestotrotz wird es aber ein spannendes Finale bis zur letzten Etappe der Tour de France geben. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einem der kommenden weiteren Analysen der Tour 24 mit Science gemeinsam. Wenn ihr Fragen habt, lasst uns gemeinsam diskutieren, schreibt sie unten in die Kommentare. Wir sprechen darüber und wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos. Ansonsten gerne nochmal bei Instagram abchecken, einen der kommenden Termine erwischen mit RTF featuring Science bei unserem Tour de France Livestream-Kommentar, wo ihr euch dann parallel uns als Livestream anmachen könnt, wenn die Tour de France verfolgt und wir quasi unser Expertenwissen zum Besten geben. Wir sehen uns bei einem der kommenden Videos. Bis bald, eure Science Crew.